Ein Kunstlied könnte vielleicht ein Lied über Kunst sein. Also Musik ist ja eigentlich auch Kunst. Vielleicht irgendwelche ganz verzierten Noten, ganz schnörgelig, also ganz schön gemalt. Ich stelle mir irgendwie so jemanden vor, der gerade so ein Lied singt und alle rufen, irgendwie das ist ein tolles Kunstlied. Auf jeden Fall kein einfaches Volkslied. Ein Volkslied, das kennt eben eigentlich jeder, das können eigentlich auch alle singen. Das ist nicht so wahnsinnig schwer, man muss den Text erinnern, die haben meistens ganz viele Strophen. Und ein Kunstlied, das ist nicht immer ganz so einfach, sondern das Kunstlied ist von jemandem komponiert worden und meistens in Konzertsälen dann auch gesungen worden. Ein Kunstlied wird komponiert, sagt Beate Roby. Man weiß also, anders als bei einem Volkslied, wer es sich ausgedacht hat. Beate Roby beschäftigt sich viel mit Musik und Bewegung und kümmert sich auch darum, dass Musiklehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieherinnen und Erzieher immer wieder neue Ideen bekommen, um mit Kindern Musik zu machen. Und sie selber unterrichtet auch Musik, Kinder und Erwachsene. Und dann verrät die Frau mit den lustigen Augen noch ihren Lieblings-Kunstlied-Komponisten. Franz Schubert heißt der. Wenn ihr den Komponisten auf einem Zeitstrahl sucht, landet ihr im Jahr 1797. In diesem Jahr wurde Franz Schubert geboren. Und diese Zeit war auch eine wichtige Kunstlied-Zeit. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Das ist das Lied mit dem Lindenbaum. Das klingt aber irgendwie anders, so feiner, höher und so vornehm irgendwie. Das Lindenbaum-Lied am Brunnen vor dem Tore hat Franz Schubert komponiert. Sein Kunstlied wurde so bekannt und so beliebt, dass es von vielen Menschen gesungen wurde. Doch eigentlich gehört das Lied zu einer Sammlung von Kunstliedern mit dem Namen Winterreise. Die Lieder erzählen von einem Mann, der traurig und ziellos durch eine Winterlandschaft wandert und an seine ehemalige Freundin denkt. Früher, als die zwei noch glücklich verliebt waren, hatte er den Namen des Mädchens in die Rinde des Lindenbaums geritzt. Ich schlägt in seiner Rinde, so manches Liebe war. Doch die Liebe ist zerbrochen. Und seine kalten Flocken zauern, du hast dich ein, das heiße Lied. Ich finde, man hört, dass er richtig traurig ist, aber der ist nicht nur traurig, sondern auch wütend hört man irgendwie raus. Ausgebildete Sänger können manchmal was mit ihrer Stimme machen, was nicht jeder machen kann, dass sie eben Gefühle auf eine ganz andere Art und Weise ausdrücken können, als jemand, der Hänzchen klein singen kann. Ja, da können die mal ein ganz besonders tolles Piano machen, das heißt, man kann es besonders leise singen und man hört es trotzdem überall. Oder sie können so richtig energisch singen und haben ganz viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. In fast allen Kunstliedern geht es um große Gefühle. Also die Gefühle sind hier in einem drin und die Sänger und Sängerin versuchen, die dann mit ihren Liedern rauszuholen. Kunstlieder zu singen erfordert also so einiges von den Sängerinnen und Sängern. Der Tonumfang zum Beispiel, bei einem Volkslied ist es meistens eine Oktave, manchmal auch eine Dezim noch. Zum Beispiel würde eine Frau ungefähr in diesem Tonraum singen. Und bei einem Kunstlied ist es dann oft, dass es von hier bis hier hingeht, da muss die Frau schon richtig hoch singen können. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Töne. Und beim Volkslied sind es oft acht Töne, manchmal sechs, manchmal zehn. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Doch zum Glück haben die Singenden Unterstützung. Das Klavier steht mit auf der Bühne. Und gemeinsam erzählen Sängerinnen und Sänger und das Klavier diese besonderen musikalischen Geschichten. Gedichte, die zu Musik geworden sind. In einem Bächlein hände, da schoss sie froher ein. Die launische Forende, vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Rüh. Das muntern Fischleinsbade im klaren Bächlein zü. Das muntern Fischleinsbade im klaren Bächlein zü. Das muntern Fischleinsbade im klaren Bächlein zü. Untertitelung des ZDF, 2020